Okay Pyro Paul, bitte die 3 Inch in den Mörser einführen. Die sind doch herrlich aus. Ich gehe schon mal nachher. Und am äußersten Ende der Zündschnur anzünden. Sag mal, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Okay. Und, wie fandest du es? Junge, 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 die war hässlich. Ja, ich bin bereit.